Hallihallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja kurzen Spielrunde von Black Ops 3 im Online-Modus. Kurz vorab, ich bin nicht der Beste in dem Spiel, ja, will ich nur mal ganz groß anmerken. Aber, ich versuch's. Gut, wir fangen ganz normal an, wir haben ein paar Spezialisten, äh, ich weiß nicht, wen ich da jetzt nehmen soll, äh, ich denke manchmal einfach mit ihr hier weiter, weil jetzt nämlich ganz gute Ausrüstung. Äh, da haben wir einen neuen Werfer, den hab ich nicht freigeschaltet, den will ich jetzt nicht haben. Äh. Äh, da hab ich das gelöscht, Mist. Na, okay, gut, lass ich weg. Äh, wie sieht's mit Lackierung aus? Tarnung hatte ich. Wo kommen die auf einmal her? Ja, gut, nehmen wir die, ist okay. Ähm, was haben wir hier? Tarnung. Ach, hier sind's weniger wieder. Versteh ich mal gar nicht. Äh, dann haben wir hier... Blockierung. Warum wird die nicht, doch die wird genommen. Okay. Kommt auf Waffe an, okay. Ne. Hä, was jetzt? Nein. Ja, gut, ich lass jetzt mal die Kids so... Ich hab hier wieder eine ältere Waffe genommen, weil mit der komm ich komischerweise besser zurecht, gerade momentan. Punkteserien hab ich nicht wirklich viele freigeschaltet, weil ich bis jetzt kaum welche freigeschalte, eben weil ich sehr schlecht in dem Spiel bin. Ähm. Punkteserien hab ich nicht. Hä? Da bin ich mir ganz sicher. Okay. Tarnkult. Ich bin da von der Gschel. Ich hoffe jetzt war nicht, dass ich mich die ganze Zeit habe. Ich glaube, ich hab's jetzt auch geschafft. Ist doch gescheuert. Steht unten Sprechttaste drücken, dann ist die ganze Zeit unten. Ich glaube, wir fahren mal Pause. Team Deathmatch. Blackups. Waffen bereit machen. So, dort ist es ein bisschen mehr, ok. Uh, ist erledigt, ja gut, alter. So, ich wusste, dass der immer kommt. Läumer hat seine Schritte gesehen. Na, keine. Da war eben Bomber. Ja. das ist ein cool von der nächsten hier hier Oh, ich hab Frame-Upfläche, aber das wird sich überschließen. Das ist weg. Habt ihr das Spiel, was ich bis jetzt vom Deck abschüsse? Hier stehen alle rum, wechseln alle... Ach so, der ist immer gefahren. Verbündete Drohne nähert sich. Verteidigungssysteme online. Hey wo lauf ich denn hin, ich seh ich mir was an. Ich sag jetzt bloß nicht meine... Feindliche Vorräte über uns. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Feindlicher Geist im Operationsgebiet. Scharfschütze in Deckung! Du... Schmuck! Der war mir nicht da. Den kriegen wir nicht da. Ist das ein Ghost? Den kriegen wir nicht da. Okay. Nee, nee. Ich muss schon probieren, wenn er nicht mich an mir geht. Halt! Oh! Du... Das war's für Sie! Das ist für Sie! Das ist für Sie! Ja, ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht mal sehen. Ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht sehen. Ich muss sich gut sehen. ich hasse das zwei leute macht er blatt wie lange steht er jetzt schon das frage ich mich verbündete beladung eingesetzt scharfschütze in deko schwebeladen eingesetzt rüstung bereit mission gescheitert neue anweisungen folgen dafür habe ich mich nicht gemeldet strengt euch an das war so klar dass es passiert geht zurück ins bootcamp da ich so warum ich nicht abgeräumt ach so das war bei exporten ich sage ja was andere schneller Schneller! Klasse! das war ja so klar. Habe ich wenigstens irgendwelche Zusatz zu bekommen? Was hatten die dafür jetzt? Ja ok, dann lass ich das so. Nein, 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 nein. Das habe ich ja auch schon... Ach, das ist das gewesen. Ach, deswegen habe ich überall die Schritte gesehen. Das erklärt natürlich einiges. Die ist scheiße. Aber sie funktioniert. Ja, ich weiß nicht. Team Duffmatche. Oh, haben wir noch sieben Minuten. Die Runde schaffen wir noch, glaube ich, noch. Letztendlich wäre diese Übels überpowered. Ich verstehe sowieso nicht, warum ich einer Klasse zugeteilt werde, die einen Rang haben, den ich erst in 20 Jahren erreichen werde, weil... Team Duffmatche. Auf den Feind. Ja, da muss er auch alle im Wohnenskirchen. Natürlich, ey, das ist ja gerade. Warum auch? Ich meine, ich habe ja nichts gemacht, ne? Ich habe ja nur gemacht. Das wird alle in bottom. Okay, da wird das nicht messerlos. Habe ich genauso, dass vorzunehmen. Jetzt komme ich mir um die Ecke. Ah, witzig. Was ist das? die doch mal weg hellstorm unterwegs ich habe habe ich schon dieses scheiß erweiterungskid aufgespürt weißt du blitz lag hoher die naten erhalten ziel erledigt sauberer treffen ich bin viel zu viel an der selben stelle verteidigungssystem online diese hässliche rumlegerei immer diese hundertprozentig aus sie ist go immer dieses schnelle hinliegen das hasse ich so vor allem wenn es auch noch funktioniert das kotzt mich voll an ja auch deine beine sind becken ich werde vorausrasten aber das spiel wäre nichts ich glaube ich habe wenigstens einen mitgenommen ja siehst du also ich werde sie jetzt nicht da runter nee kilo weg ach die schaste sind kilo sind kilo wie dachte du kannst in dir erst Oh, schlug die, Alter. Wo kommt der denn ständig her? Ja! Diesen Kampf verlieren wir nicht. Wie? Wann mehr als die? Ich bin 60, Alter. Dabei zerroppt er mich, die haben gezogen. Ich treff mich mal ein. Da kann ich wieder so ticken. Die CDP bleibt standhaft. Schnauze jetzt. Voll verloren. Was? Vorbei? Jetzt schon? Komm her, wenn du brennen willst. Ich brenne. Ich brenne für dich. Guck mal. Guck du mal, was ist denn der für ein... Guck mal, der Level 40. Wie machen die das? Das Spiel ist gerade mal... ...zwei Monate alt vielleicht. Wie machen die das? Die kaufen sich doch diese Level. Wunderbro. wo? Wie? In der Läge. das ist auch so viel als ich mir was mit kaufen kann braucht jemand Feuer unterstützen Einfraufeuer Unterstützungsteam auf dem Weg Ich bräne für dich Okay, gut, dann haben wir das Na gut, wir machen noch eine Runde Naja Team Deathmatch Was war Feuererlaubnis erteilt Was macht das denn? Die Deathmatch Genau, genau Fick ich mich doch gleich im Arsch, Alter Wollte ich mich grad verarschen Ruin erledigt Ruin erledigt Ja Das war's Ähm Oh Mann noch einen Kieler hätte ich den Kronen falsch halten können ey blöden verwendete Schwebeladung eingesetzt nimm doch alle diese... das ist für mich so bescheuert warum werde ich einem... einer Messer zieht weil ich nicht... viel mehr kann als... das war ein scheiß Kloner ey ohne Witz ich bin ein Kiepser oder Kloner ohne Witz ey du bist... Achtung feindliche Schwebeladung gesichtet hier ey ich würde euch mit dem Kontor noch nicht zocken ich würde mit dem Kronen ich würde mit dem Kronen schießen alter Halt ihn gedrückt Halt ihn gedrückt waaay wisst ihr was ich meine? diese blöden Camper ey feindliche Hellstorm unterwegs voll der sitzt da wirklich gut den sieht keiner hin Rüstung bereits Lina beseitigt feindliche Vorräte über uns genau warum ich habe mir jetzt einen Stubbel anlegen gehabt wie die ey um jetzt feindliche Konterdrohne in der Luft Radar offline feindliche Schwebeladung im Operationsgewicht ey das ist jetzt mal wieder püren wer ist unfair? genau wo kommt der denn jetzt her? oh man da läuft ein Klon jetzt herum wobei ja, danke schön da habe ich sogar meine Beine weggefetzt das kürt mich zwar noch lange nicht um feindliche Schwebeladung im Operationsgewicht Ziel gesichtet Ziel erledigt feindlichen Observerer erledigt feindlichen Observerer erledigt viel zu tun ich will das nicht tun ich will das nicht tun ich will das nicht tun Bedrohung neutralisiert Entschluss ich will das nicht tun Bedrohung neutralisiert unterdrift unterwegs die mit deren blöden blöden wärmebild objektiven es geht mir auf den sack die haben vollen vorteil verbündete schwebeladung unterwegs die sehen schon leichte wärme veränderungen allein wenn die durch die bank leicht gucken ja denkst der war trotzdem habe ich auch wenn sie achtung feindliche schwebeladung gesichtet ich muss sicher hoch springen sollen ich hätte ich hätte verhindern können also ich hätte mich selbst noch vorräte unterwegs black ops bei der arbeit wunderbar mobile artillerie gewinnt mobile infanterie erledigt auch aber mehr wenn du ein ist die stadt ist ich wie hat das ein Mikrofonnummer Keine Ernst. Meinetwegen. Wir... Natürlich hab ich natürlich... Die hab ich natürlich nicht mehr, ne? Deswegen. Das geht nicht, wenn ich ein... Wo hinkend das? Ball ist reduziert. Zittern beim... Das ist ja unnötig. Ach komm. Okay, gut. Äh, fuck. Ähm... Das ist ja... Hab ich nicht in die Logik stuffed? Okay. Ich würde sagen, wir lieben Freunde, wir sehen uns auch über die Netzplanung. Und tschril.